Xvinev Silva, hach, reisen angenehm so ist denn sich Svinenisch vergnüglich mit zwei Knöpfen im Ohr. Er zukelt leicht, gleichzeitig streichelt er sanft das Interieur des schicken Roktars. Dann plötzlich schreckt er auf. Er entstöpselt sich, die anderen sehen ihn mit Fragezeichen was nun schon wieder Gesichtern an. Aufgelöst beginnt der junge Ober, Namen wir brauchen. Kreischt er wichtig sofort fehlt Name für Gefährt. So immer ist es auf Trümurpa. Vorschläge, schnell los Danke ab dazu. Mit großen Augen nimmt er seine Freunde ins Visier. Henglei antwortet als erster. Nochmal zum Mitschreiben du möchtest, dass wir uns einen Namen für dieses kleine Spatzeship ausdenken? Jawohl, ja, aber hallo wichtig richtig. Antwortet der Angesprochene. Ansage los bitte Henglei schön. Uh stöhnt dieser Ich wünschte Ich wär so kreativ fällt irgendjemand von euch was ein? Doch Bacarapäck, Abon und Mikkelsilver ziehen nur die Augenbrauen hoch und zucken mit den Schultern. Swinilnisch denkt indes angestremt nach wobei er abwechselnd ein Auge zukneift. Dann setzt er plötzlich ein freudiges Strahlen auf. Haben ich es leicht sehr. Name gut befunden. Nennen wir Flitzer Thunwesplei schnell wie diese und vom Henglei. Jawohl, juho. Er freut sich wie ein Schneekönig und beginnt eifrig zu wienern. Die anderen drei sehen sich vielsagend an, dann meint Mikkel nur, so sei es. Und so geschieht es, dass unsere Helden von nun an im Vesplei unterwegs sind statt in Hengleisks Betrocta. Fleißig verfolgt dieser seine Bahn. Alle Planeten um sie herum sind nun verschwunden. Dafür strahlt der Ra umso mehr und auch der 0,92 Lichtjahre entfernte Inde hat an Macht gewonnen. Irgendwann später wird Mikkel aktiv. Bald kommen wir in Kommunikationsreichweite. Ich meine in die Gegend in der man in vernünftiger Zeit mit einer Antwort rechnen kann. 40 Sekunden, der Ha innerhalb anderthalb Minuten eine Antwort. Das müsste gehen. Also ich klingel mich dann mal durch zum Weg sagt er immerhin müssen wir wissen wie wir runtergehen. Wir können den Turb oben parken, HMM naja, schauen wir mal. Aufgrund der Zeitverzögerung steht 15 Minuten später fest, dass sie mit Sand Turb senkrecht runtergehen, direkt in Space Dog Imachime City Nord. Neve höchstselbst hatte deutlich gemacht, dass es viel zu auffällig ist wenn ein Turb oben am geostationären Space Dog Wex Alpha I festmacht. Der ist nämlich meistens leer. Wenig Besuch hier, außer Hochsicherheitstransporte oder Roboterladungen ausrangierte mechanischer Neuankönlinge via Deput. Diese direkte, ergebungene Landung ist nur möglich weil Pachara einen neuen Turb der Stax-Klasse aufgetrieben hat und die neuen XP-Trock-Taster mit kompatibel sind. Während der Landung geht Vesplay also in senkrechte Position, die Turb-Aggregate und das eingebaute Ultrosen-Triebwerk landender Spazeshit darauf hinsamft. Dies ist sogar in einer Null-Atmosphäre wie auf dem Wex möglich. Micke übermittelt die genauen Koordinaten direkt in den Navigationscomputer. Dies ist möglich, weil Pachara dazu vorher seinen Com-Authentifiziert hat. Landevorgang wird in T, 5 Minuten eingeleitet, ratat der Bordcomputer. So, dann geht die Achterbahnfahrt nun los, sagt Hengai in seiner Eigenschaft als Pilot. Schnallt euch bitte an, gleich glotzen wir alle an die Decke. Zunächst rasen sie jedoch weiter auf die graue Planetenoberfläche zu. Einheitsbrei ja, aber links war es gleißend hell, rechts stockdunkel. Da, zum ersten Mal ist was Neues zu erkennen. Lichter. Ein düsterer Komplex direkt auf der Kante. Was für ein unirdlicher Ort. Eine eigenversorgte Insel in der Wüste. Energie gibt's hier genug. Sie reicht aus die Anlage abzuschotten, dicht zu machen nach außen und den benötigten Blosbären und Recyclingkreislauf am Leben zu erhalten. Nun stellt sich Vesplei auf. Pachara wird leicht schwindelig, aber sie versteckt dies so gut es geht. Von irgendwo hinten ist ein leises Oholala zu vernehmen. Nur auf den Monitoren ist für unsere jungen Helden zu erkennen, was sich unter ihnen abspielt. Sie sehen die Hangartür, die sich öffnet und ihr Gefährt verschluckt. Grelles Licht umgibt sie nun. Das Tor über ihnen verschließt sich wieder. Monitore mit roter Schrift im Cockpit bleiben leuchten ringsum auf. Nun wird die Empfangshalle wieder unter Druck gesetzt. Unzählige Schläuche pumpen Luft in das Gebäude. Bald schon springen die Monitore auf grün und zeigen normal Atmosphäre hergestellend an. Aufgemacht, los Juhu bellt Swinenisch. Doch bevor er dies tat wartet Henglei bis die Landungsleitern fest an seinem Gefährt verankert waren. Erst dann drückt er den Knopf. Swinenisch springt sofort mit einem Rückwärtssalto aus seinem Sitz und landet sicher auf dem Wechsboden. Er reibt sich verwundert die Augen und strahlt genauso leicht wie auf Tümo hierwegs ist's auf. Mag ich sehr gern dich habe weg Siebobble. Auch die anderen drei klettern nun ohne Mühe runter. Sie betreten nacheinander den innersten Planeten des Rasystems. Erst nun sagen sie, dass da bereits jemand auf sie wartet. Ein gefährlich aussehender Mann mit rasierten Schläfen, Irogasenschnitt und Nickelbrille steht da im Eingangsbereich. Das ist er also, dies muss er sein, der geheimnisvolle Gefängniswärter, dieser seltsame Einsiedler, Kodeswächs Nefsilver. Die düstere Erscheinung schüttelt den Kopf. Was magst denn du schon wieder hier? Fragt er seinen elfjährigen Niffen. Ich hab gehofft dich eine Zeit lang los zu sein. Nickel grinst breit und sagt an seine Freunde gewandt. Ich darf vorstellen Nefsilver mein hochgeärter Herr Onkel. Bei Bacchara und Henglai herrscht trotzdem erstmal Skepsis vor, er sieht halt schon etwas anders aus als der Durchschnittsspießer um die Mitte 40. Also sehen sie ihn lieber mit zusammengekniffenen Augen misstrauisch an. Nef will gerade das Eis brechen und eine Begrüßungsformel rausdrücken, als ihm der neugierige Swinelnisch dazwischen gehoppelt kam. Him-Hah-Hum, wie du siehst aus. Sagt dieser abweisend, sein Körper nimmt eine leicht angedeutete Fluchthaltung an. Dann fragt er kleinlaut. Gefährlich bist du? Nef nimmt den jungen Ober ins Visier, sichtlich überrascht. Meine Fresse! Dass ich das noch erleben darf Swinelnisch-Galaktik persönlich, ja, auch ich habe schon viel von dir gehört. Drei Freunde sehen sich an, woher weiß er? Ach egal. Swinelnisch jedoch sperrt seinen Mund aus einem ganz anderen Grund auf. Irgendwas hat er zu protestieren. Nef, bester Laune. Bei unseren Gefangenen geht's grausam zu. Die Isolation treibt jede Freude aus ihren Leibern. Deshalb ist wahrscheinlich dein Auftritt von höchster Stelle als hilfreich eingestuft worden und ins Entertainment-TV-Paket aufgenommen worden. Swinelnisch hat zwar keine Angst mehr, aber dennoch sieht er nefentgeistert an, er will gerade etwas loswerden, als der Co fortfuhr. Es war das erste Mal, dass ich sowas ähnliches wie ein Lachen aus diesem Blog gehört hab, zumindest bei denen, die irgendwann wieder rauskommen. Bei den anderen ach lassen wir das. Schnell erhebt Swinelnisch den Zeigefinger, schüttelt diesen, genau wie seinen Kopf. Nein, N-O, nie, nu. Blabbert er nur Swinelnisch, keine Galaxis ist. Kein Null-Uber-Zwei hat Namen, alle viele total nur haben eins. Swinelnisch der Einzelne, ohne Galaktik-Basta ist. Auch wenn diese Feststellung für Swinelnisch höchst wichtig ist, so tut Nef doch genau das Richtige, er überhört es. Die Frage war um er überhaupt von dessen Auftritt weislässt er ebenfalls unbeantwortet. Er wendet sich stattdessen lieber Pacharapek, Abon und Prinz Henglei zu Westerburg zu. Na, was haben wir denn da für zwei Hüpfer? Niemand kommt freiwillig hier rauf, am wenigsten mit dem da drüben. Er zeigt auf seinen verwilderten Neffen. Habt ihr was ausgefressen? Statt zu antworten sehen sich Pacharapek, Abon beginnt er ohne Einleitung und Henglei zu Westerburg drüben aus dem Indie-System. Daraufhin sieht sich Nef den letzteren Mal genauer an. Westerburg? Hm, da war doch diese Scheite, ja, ich erinnere mich. War dein Vater kürzlich auch hier bei uns? Henglei nickt. Hat auf mich einen ganz patenten Eindruck gemacht, der Westerburg so nie weiter obwohl das unsere Obrigkeit aus irgendwelchen Gründen anders sieht. Er wollte wissen wie wir es hier so handhaben. Stimmt genau, mir kommt so vor als ob es drüben immer ähnlicher wird. Diese Gerüchte um Mahime City II auf eurem stehenden Mond exo halten sich hartnäckig. Dies ist das erste Mal, dass einer vom Indie seinen Heimatmond erwähnt hat. Henglei war sogar bereits einmal da gewesen. Er hat den trottenen Trebanden zusammen mit seinen Eltern besucht. Die dominante Spezies dieser Welt ist ihm auch noch in bester Erinnerung. Wer könnte sie auch vergessen? Die Ätto sind imposante Flugwesen mit bis zu 5 Meter Spannweite. Sie könnten locker einen Menschen tragen, leider sind sie nach wie vor ungezähmt. Es ist unmöglich diese stolzen Vögel zu dressieren. In Gefangenschaft gehen sie rasch ein und bevor sie sich unterjochen lassen sterben sie lieber. Es ist deshalb noch niemandem gelungen ihnen irgendeine dumme Dressurnummer anzutrainieren, geschweige denn sie als tierisches Transportmittel herabzustufen. Also leben sie nach wie vor autark in der riesigen Steppe. Sie dienen einerseits den Fernreisenden, ein Trieb zu einem anderen Gestirn wird immer noch als solche gesehen, als Attraktion. Gleichzeitig dezimieren sie durch ihren großen Appetit die reichlich vorhandenen Beuteltiere auf dem Exo. Man könnte auch sagen sie sind die Landschaftspfleger des Trabanten. Nef fährt fort. Wie bereits erwähnt habe ich keine Ahnung warum die unseren so wenig von deinem Vater halten. Die Militärs werden immer setzamer bei uns. Wenn ich nur daran denke was für einen verrückten Vogel sie hier vor drei Tagen abgeliefert haben. Ich hab schon viel erlebt, aber sowas wieder bzw. das ist selbst für mich neu. Mikkel wirft ein. Wieso? Was ist denn passiert? Nefsilver sieht ihn an und schüttelt den Kopf. Mit vier Mann Geheimpolizei haben sie ihn hier angeliefert. Der oder besser das Abgelieferte hat jedoch auf mich, wie soll ich sagen, er einen äußerst verwirrten, hochgradig schizophrenen Eindruck gemacht. Ich glaube kaum dass der irgendjemanden etwas zu leider tut. Beim Stichwort Geheimpolizei wirpert Jarrah hellhörig. Zum ersten Mal fragt sie deshalb Nef direkt. Verzeihung, aber wen haben sie hier abgestellt? Eine Person? Nein Nef schüttelt den Kopf. Es war einer dieser Andromorphen-Exaklassenroboter. Er hat sich äußerst seltsam verhalten. Fast wie ein Kind. Wahrscheinlich sind irgendwelche kybernetische Experimente an ihm unten in Lyboro durchgeführt worden. Schon äußerst komisch. Die junge Diplomaten-Tochter fragt nach, auch Mikkel scheint interessiert. Ist es möglich, dass wir den vielleicht mal sehen können? Wir haben doch alle Robotechnik belegt, das interessiert uns alle, stimmt's, Mikkel? Lügt sie. Dieser nickt sofort. Nef schaut in die Runde, einschließlich des staunenden Swinensch. Dann sagt er schließlich, ja, dann ich geb euch also mal eine kleine Führung. Aber erst später. Ein bisschen was hab ich doch im Tagesgeschäft zu erledigen. Etwas manuelles Steuern und Regeln ist in dieser großen Anlage nach wie vor nötig. Ich zeig euch erstmal eure Quartiere. Daraufhin sehen sich unsere vier Helden in gespannter Erwartung an. Gleichzeitig freuen sie sich darauf endlich die Füße austrägen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.